Vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen, Damen und Herren, bei den Netzregeln im Namen von Bitkom. Und ich habe heute das Vergnügen, gemeinsam mit drei Experten hier vorne über das Thema digitale Transformation von Mobilität zu sprechen. Herr Lotte hat es ja schon vorhin erwähnt, es gibt verschiedene Dimensionen, es gibt eine Revolution, es gibt eine Evolution. Und mit der digitalen Transformation verbunden ist natürlich auch eine Hoffnung. Was heißt das jetzt für den Bereich Mobilität? Aktuell können wir, glaube ich, sowohl evolutionäre als auch revolutionäre Ansätze in dem Bereich beobachten. Aber was ist jetzt eigentlich richtig von den beiden? Wo liegt die Wahrheit? Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Und welche Potenziale aus neuen Mobilitätskonzepten für Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft lassen sich ableiten? Dazu freue ich mich, mit drei Experten aus dem Bereich diskutieren zu dürfen, die ich jetzt gerne kurz nach oben bitten würde. Zum einen Herrn Dr. Christian Förster. Herr Förster ist Politikwissenschaftler, arbeitete bei der Wirtschaftsinitiative Baden-Württemberg Connected und ist aktuell im Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg im Bereich Digitalisierung des urbanen Verkehrs unterwegs. Dann darf ich Ihnen den zweiten Panelisten vorstellen, Herrn Prof. Dr. Andreas Knie. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Innozet GmbH, die mit dem Anspruch antritt, digitale, systemische und soziale Innovationen im Mobilitätsmarkt einzuführen. Und sein Fokus liegt bei sozialwissenschaftlicher Mobilitätsforschung. Und als dritter im Bunde, Herr Ali Azimi. Er ist Kommunikationsexperte, wird ganz außen Platz nehmen und hat entsprechend einen Hintergrund, unter anderem bei Hering Schubner, einer Kommunikationsagentur, leitet aktuell die Kommunikation-Dach für Uber Deutschland. Ich selber bin, wie Sie sehen können, im Bereich Mobility beim Bitkom unterwegs und beschäftige mich beim Verband mit dem Thema der Digitalisierung von Mobilität. So, jetzt nehmen Sie sich gerne noch was zu trinken, wenn Sie mögen. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen diskutiert im Vorfeld, Herr Förster. Sie als Stuttgarter Mobilitätsexperte, wenn ich so sagen darf, haben ja gerade mit dem Feinstaubalarm durchaus das ein oder andere Thema. Was sind denn aus Ihrer Sicht geeignete Mobilitätskonzepte, um dieser Herausforderung zu begegnen? Funktioniert das? Ja, wenn ich da die Zauberformel hätte, dann könnte ich kündigen und mich selbstständig machen und würde noch mehr verdienen. Aber um mal so ein paar Ansatzpunkte zu nennen, sprechen wir heute über Digitalisierung. Natürlich gibt es da unter dem Schlagwort, unter der Überschrift Mobility as a Service, diverse Möglichkeiten, wie versucht werden kann, Mobilitätsteilnehmer da zu begleiten. Also das Umlenken auf öffentliche Verkehrsmittel beispielsweise von Verkehrsströmen besser zu gestalten, das Fahrradfahren attraktiver zu machen und so weiter und so fort. Da spielt eigentlich das eine Rolle, das wir auch in anderen Bereichen diskutieren. Die Vision einer großen intermodalen Servicewelt, die möglichst schnittstellenlos funktioniert. Die Mobilitätsplattform, wo ich einkaufen kann, flexibel und situationsgemäß, ohne einzeln buchen und abrechnen zu müssen, verschiedene Rechnungen zu haben und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein langer Weg, da hinzukommen. Da stecken wir in einem Umdenken und in der Transformation sicherlich schon drin. Aber das wäre ein Ansatzpunkt, den natürlich die Stadt Stuttgart auch versucht zu begleiten, auch zusammen mit Innovationsträgern aus der Privatwirtschaft. Gibt es ja zum Beispiel die Partnerschaft mit Movel, der Mobilitäts-App unter dem Dach von Daimler, wo dann günstig Tickets erworben werden können. Das ist eine gute Sache. Da tut sich sicherlich das innovative Potenzial der Privatwirtschaft mit einem öffentlichen Steuerungsinteresse zusammen. Nicht das Schlechteste in der derzeitigen Konstellation der Akteurslandschaft, wie wir sie da haben. Das Thema Fahrzeugtechnologie spielt natürlich auch eine Rolle. E-Mobilität und was vom Management her dazugehört. Und natürlich das Thema Regulierung. Der Feinstaubalarm ist ja eine freiwillige Geschichte. Drohende Fahrverbote bauen sich ja aber am Horizont auf. Das ist aber jetzt eher die gesetzgeberische Begleitung als der technologische Wandel dabei. Vielen Dank. Sie hatten ja gerade so ein bisschen den Fokus auf Kooperation, Wirtschaft, regulatorischen Bereich gelegt. Herr Knie, welche Änderungen können Sie denn am Mobilitätsverhalten der Menschen selber erkennen? Und was glauben Sie, welche gesellschaftlichen Auswirkungen es gibt? Ja, das kommt natürlich immer darauf an, wo man hinschaut. Das Mobilitätsverhalten der Menschen ist etwas geteilt. Bei denjenigen, die am Land wohnen, im ländlichen Bereich wohnen, das sollte man nochmal sagen, 63 Prozent der Fläche Deutschlands gelten als ländlicher Raum. Da hat sich wenig geändert. Da ist das Auto im Kopf nach wie vor die dominante Bezugsperson. Personen auch, aber Bezugsgerät, manchmal auch Personen. In den Städten jeweils sehen wir vieles Neues. Menschen haben vor allen Dingen eins, immer länger und seit vielen Jahren auch dominant, sind genervt von den zu vielen Autos. Und zwar wirklich weltweit und aber auch in Deutschland. Das heißt, die Haltung zum Auto wird eine kritischere. Das Zweite ist, es wird tatsächlich auch sich etwas anders verhalten. Also Verkehrsarten, die fast ausgestorben waren, wie das Zu-Fuß-Gehen oder vor allen Dingen das Fahrrad, hat enorm an Bedeutung gewonnen. Und was Herr Förster schon sagte, das Verbinden von Verkehrsmitteln ist im Moment sogar die dominante Form des Verhaltens. Das heißt, ich verknüpfe verkehrsmittellig. Ich habe das Auto vielleicht noch, aber ich nutze es nicht mehr so oft. Hier in Berlin ist das Auto nur noch bei 25 Prozent aller Wege das Mittel der Wahl. Der Rest der Wege wird schon mit anderen Verkehrsmitteln gemacht. Das heißt also, es wird pluraler, es wird multimodaler. Zum Teil wird es auch schon intermodaler, dass ich auf einer Wegestrecke mehrere Verkehrsmittel verknüpfe. Und insgesamt, das gilt jetzt auch wieder für das Land, hat sich jetzt gegenüber dem Auto eine, wie wir sagen, eine Säkularisierung eingestellt. Das Auto ist also wirklich tatsächlich nicht mehr die Ikone der Moderne. Es ist nicht mehr wichtig, welches Auto ich habe, wie viel PS das hat, was das auf dem Tacho hat, welche Marke, das ist nicht mehr entscheidend. Aber es ist halt immer noch da und es wird auch immer noch ganz oft verkauft. Herr Simi, wir haben gerade gehört, die Verknüpfung von Verkehrsmitteln wird immer wichtiger. Wie schließt denn Ihr Unternehmen Uber an solche multimodalen Systeme an? Zum Beispiel den öffentlichen Personennahverkehr? Oder wie können Sie sich das vorstellen? Für uns ist ziemlich klar, dass der ÖPNV sozusagen, was die Mobilität in Innenstädten angeht, nicht zu umgehen ist. Also mein Kollege Christian Frese, der alte Deutschlandchef, hat immer gesagt, wenn eine U-Bahn ausfallen würde und man alle Leute bitten würde, dann die Station zu laufen, würde es im Prinzip Stau auf dem Bürgersteig geben, weil einfach so viele Menschen so effizient von A nach B gebracht werden können. Wo wir von U-Bahn natürlich ansetzen können, ist zu Randzeiten, also dann, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr so häufig fahren, würde ich mal sagen. Und das sehen wir auch in unseren, sagen wir mal, in unserer Nachfragen und der Nachfragekurve sozusagen. Sobald es spät wird, sobald es abends wird, sobald es Wochenende ist, geht die Nachfrage nach oben. Und letztlich ist das, glaube ich, geht das Hand in Hand. Also wir wissen alle, zumindest die neuen Mobilitätsanbieter wissen alle, dass es in Silos nicht mehr funktioniert. Also mit dem gleichen Verkehrsmittel hin wie zurück ist mit Komplexität verbunden. Man muss es irgendwo abstellen, man muss sich darum kümmern, man muss auch auf dem gleichen Weg wieder zurückkommen. Und wir sehen einfach, dass Leute, die eine, sag ich mal, Option haben, abends, wenn es spät wird oder wenn man was getrunken hat, wenn sie wissen, ich komme da verlässlich und auch bezahlbar nach Hause, dann sind sie eher geneigt, morgens auch die Bahn zu nehmen, weil sie wissen, ich bin im Prinzip hinten raus abgesichert. Und das ist das Verhalten unserer Nutzer, wenn wir mit ihnen sprechen. Das sind Carsharing-Nutzer, das sind Bikesharing-Nutzer, das sind ÖPNV-Nutzer und das sind dann später am Abend auch Uber-Nutzer. Und so funktioniert es. Und ich glaube, je dichter dieses Netz ist, das wir anbieten, desto besser ist es für uns alle. Letztlich, glaube ich, ist unser Markt, nicht Taxikunden abzuwerben, wie oft gedacht, sondern im Prinzip denjenigen zu überzeugen, der morgens alleine hinter dem Steuersitz, in einem leeren Auto ein bisschen Stau mitnimmt, den zu überzeugen, vielleicht ist es für dich effizienter, einfach dich auf diesen Mix einzulassen. Das mit dem Bürgersteig, wenn ich das kurz sagen darf, ist ein interessantes Beispiel, was zeigt, wie Infrastruktur, der klassische Bereich des Mobilitätsbaus da draußen und Digitalisierung zusammenhängen. Wenn ich noch so viele schöne Mobilitäts-Apps habe und sage, damit will ich die Leute auf den Umweltverbund beispielsweise umlenken, bringt mir das nicht so lange die Kapazitäten, die alten bleiben. Und das ist ein tolles Beispiel dafür, wo Digitalisierung reinwirkt. Das ist nicht nur die Technologie, sondern das eigentlich Spannende ist der technologieinduzierte Wandel, der dann in ganz klassischen Bereichen des Mobilitätssystems, ganz klassisch in der Akteurslandschaft stattfindet, wo 1995 der Staat ein Schild aufgestellt hat und gesagt hat, vorne fährst du links und heute kommen Garmin, TomTom oder Google Maps und sagen, vorne fährst du rechts. Und in solche Bereiche wirkt das rein. Sie nehmen mir quasi die Worte aus dem Mund. Die Frage wäre genau auf der Basis, was ist denn aus Ihrer Sicht aktuell im Land Baden-Württemberg gerade unterwegs, um solche Konzepte zu fördern? Also wie fördert die Landesregierung oder Ihr Haus eben solche neuen Mobilitätskonzepte? Naja, das Motto, der Wunsch ist so ein bisschen the best of both worlds zu machen. Also einerseits die Gemeinwohlorientierung, großes pathetisches Wort der öffentlichen Hand zusammenzubringen mit den Geschäftsmodellen, den innovativen Ideen der Technologie, der Privatwirtschaft. Also da verschiebt sich die Akteurslandschaft. Ich glaube, dass wie Mobilität organisiert wird, viel mehr zu einer Public-Private Partnership wird. Wir versuchen einerseits Voraussetzungen zu schaffen, eine digitale Infrastruktur von Verkehrsdaten beispielsweise aufzubauen, wo sich neue Geschäftsmodelle Start-ups aufsetzen können, aber wo es sinnvoll ist, auch ganz konkret mit einer Förderung von Pilotprojekten, das wäre der klassische Weg, reinzugehen. Zum Beispiel machen wir gerade einen Mobilitätsassistenten für Stuttgart, der Pendler begleiten soll, umlenken soll zu Stoßzeiten und das besser macht als bisherige Angebote, wenn es so klappt, wie wir es uns vorstellen und da auch den Steuerungswillen und die Informationen der öffentlichen Hand in solche Oberflächen mit reinbringt. Sie wollten dazu was sagen, Herr Knie. Ja, also nicht für Baden-Württemberg, aber generell, wir hatten ja eben gerade die Tendenz schon mal genannt, das was wir hier in Deutschland erleben, ist natürlich das Abwürgen aller dieser Möglichkeiten, denn wir sind ein durchreguliertes Land, wir haben ein Personenbeförderungsgesetz, das stammt aus dem Jahr 1934, das sieht auch nur so aus. Das verbietet jedem anderen, wenn er Menschen mitnimmt, das gegen Entgelt zu machen, weil alles, was im öffentlichen Verkehr ja unterwegs ist, muss ja irgendwie sicher sein. Ja, dennoch haben wir immer eine ganze Menge von Unfällen. Das heißt, wir haben im Moment unter dem Begriff der Daseinsvorsorge ein so strenges Reglement und damit aber hinterrücks eine so starke Favorisierung des privaten Automobils, von der Steuergesetzgebung, vom Baurecht, von der Straßenbenutzungsgebühr, hatte ich beinahe gesagt, hin bis zur Stellplatzverordnung. Das private Auto wird so gefördert, Sie können in Deutschland für Anwohner kein Parkticket ausstellen, was mehr als 30 Euro pro Jahr kostet. Hier in Berlin übrigens nur 10 Euro pro Jahr. Das müssen Sie sich mal vorstellen, dass Sie als Anwohner quasi das Anrecht auf einen privaten Parkplatz im öffentlichen Raum haben. Da kann man sich nicht wundern, dass alles, was wir in digitaler Welt möglich könnten, gar nicht nutzen können. Wir haben einen Paragrafen, wir haben auch den Paragraf 175 mal abgeschafft, den gab es mal. Der ist abgeschafft worden, aber das PPFG gibt es immer noch. Also die Welt hat sich so verändert. Wir haben andere Präferenzen, wir sind anders unterwegs, wir haben andere Technologien, aber wir haben noch ein Gesellschaftsbild im Reglement des Verkehrs, was wirklich noch Papi, Mutti vorne auf dem Pfarrersitz zieht, Mutti daneben und die Kinder hinten. Das ist das ideale Bild mit eigenem Haus und eigenem Auto, das soll favorisiert werden. Das Gesellschaftsbild gibt es aber längst nicht mehr, nur es gibt noch die Regeln dafür. Wenn wir die Regeln nicht ändern, werden wir auch die verkehrlichen Möglichkeiten, die wir haben, nicht ausschöpfen. Da hake ich kurz ein, welche Rahmenbedingungen brauchen wir denn? Ja, wir müssen jetzt erstmal alle, wir brauchen erstmal das PPFG, muss einfach schlichtweg abgeschafft werden. Stellplatzverordnung muss abgeschafft werden. Die Steuererleichterung für privaten Autobesitz, wenn Sie Kinder haben, selbst Schuld, haben Sie ja mal ein Auto, können Sie das noch gewerblich absetzen. Abschaffen, 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 abschaffen. Wir tun jedes Jahr 8 Milliarden Euro für Diesel subventionieren. 8 Milliarden, 8 Milliarden, gibt der deutsche Steuerzahler, also wir, für die Subventionierung des Diesel aus. Abschaffen, so, da sind wir schon mal ein bisschen weiter, dann können wir mal gucken, das heißt jetzt nicht, dass wir deregulieren, sondern wir müssen mal gucken, was dann wieder re-reguliert werden müsste, aber dafür bräuchten wir erstmal freien Raum, dass wir erstmal loslaufen könnten. Wir bräuchten Experimentierräume. Wir sehen ja, dass wir in Stuttgart, aber auch nicht nur in Stuttgart, auch in Leipzig an Grenzen kommen, wo einfach zu viele Autos, zu viele Schadstoffe, sind ja nicht nur die CO2, wo wir uns in der letzten Zeit zu viel fixiert haben, sondern es gibt ja noch dieses böse NOx, es gibt Partikel, wir vergiften uns permanent mit diesen Autos. Die Zeit des Verbrenners ist definitiv vorbei und es muss jetzt der Einstieg in die neue Welt gehen und wir sind doch ein Technologieland, wir hatten sie ja eben, wir haben ja große Firmen, wir sind doch eigentlich schlaue Menschen, wir verknüpfen uns schon, jetzt müssen wir nur mal den Mut haben, das auch zu tun. Herr Simi, das klingt fast ein bisschen, als würden Sie ins selbe Horn stoßen, Stichwort Personenbeförderungsgesetz. Ja, also ich würde da gerne ein Beispiel anschließen. Also wenn jemand heute über eine Mitfahrtzentrale, welche auch immer oder auch früher über eine Mitfahrtzentrale jemanden mitnehmen wollte, dann konnte der vorbestraft sein, dann konnte der Punkte in Flensburg haben, dann konnte der übermüdet sein, da konnte das Auto sehr, sehr alt sein. Der hat trotzdem zwei, drei Personen über die Autobahn, über 500 Kilometer mit 130, 140 kmh mitnehmen können und es hat keinen interessiert und ich würde sagen, es interessiert immer noch keinen. Also das ist kein Problem, aber wenn jemand in der Innenstadt jemanden drei, vier, fünf Kilometer mitnehmen will, dann geht es um Versicherung, dann geht es um Sicherheit, dann kommen diese ganzen, sind diese ganzen Probleme auf den Plan gerufen. Das zeigt natürlich, dass da Partikularinteressen dahinter sind, weil wahrscheinlich ist auf der Autobahn das Sicherheitsthema ein größeres, aber ja, es ist, wenn man unter 35 Cent pro Kilometer nimmt, das heißt, wenn man für 100 Kilometer 35 Euro nimmt oder drunter, ist das überhaupt nicht vom Gesetz abgedeckt und da interessiert sich keiner für und die Frage, die wir uns natürlich stellen ist, warum ist es so schwer, professioneller Fahrer zu werden mit den Voraussetzungen? Es macht natürlich Sinn für den Verbraucher, wenn man einen Gesundheitscheck macht, es macht Sinn für den Verbraucher, wenn man eine bestimmte Verlässlichkeit nachweist, aber macht es wirklich Sinn, wenn man drei bis sechs Monate dafür braucht, um professioneller Fahrer zu werden, wenn man heute arbeitslos wird? Anderes Beispiel, wenn ich morgen jemandem sozusagen rohes Hackfleisch vorsetzen will und Burger braten will, dauert das für mich einen Tag, ich mache einen Gesundheitscheck, ich mache einen halbtägigen IHK-Kurs und bin dann im Geschäft und darf Essen verarbeiten, Hackfleisch verarbeiten für Menschen, aber wenn ich jemanden fahren möchte, muss ich alle Straßen in Berlin auswendig lernen und alle Verbindungen zwischen allen Straßen, das nennt sich dann Ortskenntnisprüfung. Allein das, also zu uns ins Büro, wir haben ja Sprechstunden, da kommen unsere, wir arbeiten ja auch mit Taxis zusammen in Berlin, da kommen jeden Tag Dutzende Taxifahrer rein, auch Dutzende Interessenten, die sagen, ich möchte professioneller Fahrer werden, ich bin arbeitslos geworden und dann sagen wir, okay, setz dich, du musst alle Straßen auswendig lernen und alle Verbindungen und bei der Prüfung auch sagen, wenn da eine Baustelle ist, wie du dann diese Baustelle mit Straßennamen umgehen würdest. Du musst eine IHK-Prüfung machen, bei der es um Sondermüllverordnungen geht und um Accounting, Buchungssätze und wenn dein Auto dann noch die Voraussetzung erfüllt, darfst du Personen selbstständig fahren und dann drehen die sich um und gehen und das ist die Realität und da müssen wir uns fragen, warum ist dieser Markt so durchreguliert, warum ist es so schwer für Geld Menschen von A nach B zu fahren, wenn viele Leute vernünftig Auto fahren können, wenn es Airbags und Anschnallpflicht gibt, es sind nicht mehr die 60er Jahre, aber das Gesetz repräsentiert die 60er Jahre. Damit stehen wir ja vor einer Herausforderung, die Politik und Wirtschaft gemeinsam bestreiten muss. Herr Forster, welche Maßnahmen ergreifen Sie denn, um eben Interessen von Wirtschaftspolitik, aber auch Startups und Investoren am Ende zusammenzubringen? Ja, also es hat sicherlich nicht nur mit Regulierung zu tun, sondern auch eine gute Portion mit Protektionismus in dem Fall und prinzipiell finden wir das natürlich erstmal super, wenn ein Startup, ein neues Unternehmen mit einer neuen Idee kommen, das System da mal kräftig durcheinander würfelt, weil genau das die Trends sind, auf der neue Themen, neue Mobilität sich aufsetzen wird, Sharing Economy. Ja, ich meine, wir sagen bestimmt nicht, dass wir das irgendwie alleine hinkriegen und nichts mit der Wirtschaft zu tun haben wollen, ganz im Gegenteil, um Gottes Willen. Also es gibt zum Beispiel in Baden-Württemberg jährlich ein Investitionsforum für Startups aus dem Mobilitätsbereich. Super Sache, beobachten wir sehr genau, schauen wir uns sehr genau an, was da gemacht werden kann. Es gibt ja Mechanismen auch einer etablierten Startup- und Geschäftsmodellförderung. Wir können uns schon vorstellen, da auch als Verkehrsministerium nochmal genauer einzugreifen und uns das Hilfestellung zu bieten. Das ist eigentlich der Punkt, den ich vorhin skizziert habe. Wir können das nicht mehr alleine machen. Wir wollen es auch nicht mehr alleine machen, weil es da draußen viel zu viele, viel zu gute Ideen gibt, die man überhaupt nicht ignorieren kann und sollte. Aber sie kommen eben nicht zum Tragen. Die Shared Economy kommt in Deutschland nicht zum Tragen, weil sie eben verboten wird. Also Uber ist verboten oder das gewerbliche Mitnehmen von anderen Menschen ist in Deutschland verboten. Wir haben parallel im Innozet, gerade mit den Local Motors, machen wir eine Tour mit autonomem Fahren, ist natürlich in Deutschland verboten. Können ja gefährlich sein. Das heißt, was für eine Regelungskultur haben wir im Hintergrund? Und jetzt muss man mal ganz kurz ein bisschen historisch werden. Das Auto, wie wir es kennen, die Struktur, an der wir leiden, die ist ja nicht vom Himmel gefallen, die ist auch eine politisch erzeugte. Und da für unser kollektives Gedächtnis nochmal eine kleine Erinnerung. Am 01.01.1953 ist in Westdeutschland etwas passiert, das kann man kaum glauben. Da wurden sämtliche Geschwindigkeitsbegrenzungen einfach aufgehoben. Man konnte so schnell fahren, wie man wollte. Das hat vier Jahre lang, war das Realität, bis wir 77.000 Tote hatten. Die Deutsche Verkehrswacht wurde gegründet und man fing wieder an, etwas zu regulieren. Das heißt, man hatte schon mal den Mut, Verkehrsregeln zu ändern, um neue Möglichkeiten zu eröffnen, um dann wieder zu gucken, oh Gott, oh Gott, das war ja vielleicht doch der falsche Schritt. War ein hoher Preis. Das war zu hoch. Das will keiner heute mehr. Aber das war nur ein Beleg dafür, dass wir den Mut haben, mal nachzudenken, welche Regeln brauchen wir und welche brauchen wir vielleicht nicht mehr. Wir haben die Elektromobilität hier bei uns in Deutschland als großes Thema ausgerufen. Das wird alles nicht funktionieren, weil wir natürlich keine Förderung für Elektromobilität im Sinne einer Regelwelt haben. Warum haben wir keine CO2-Begrenzung in Berlin? In fünf Jahren keiner mehr, der mehr als 50 Gramm CO2 ausstößt, kann hier rein. Es gäbe die Alternative. Es fehlt nur der Mut, das zu tun. Und das fehlt so. Das kann das Land nicht. Das muss der Bund tun. Wir sind ja gerade in Koalitionsgesprächen. Sie werden hier in Berlin jetzt zum ersten Mal Papiere sehen, wo eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung diskutiert wird. Sie haben ja schon den Aufschrei gehört. Und jetzt kommt letzter Punkt. Jetzt kommen wir dazu und sagen, die Menschen in den Städten, das gilt für Stuttgart, das gilt für München, wenn man sie wirklich befragt, sind sie auch wirklich bereit, eine Änderung aufzunehmen. Es muss dann aber auch eine Regeländerung sein. Das ist wie beim Rauchen. Früher, für unsere älteren oder jüngeren Zuschauern, wenn man ins Flugzeug einsteigen wollte, wurde die erste Frage, rauchen oder nicht rauchen? Das ist völlig absurd heute. Wie konnte man im Flieger rauchen? Oder in einem Restaurant? Oder in einem Zug? Das hat man dann einfach mal verboten. Und dann war auch Schluss mit lustig. Und dann haben auch alle akzeptiert. So, deshalb, das Verkehrsleben ist voller Verbote, wenn man das hier in dieser Transformationsgeschichte mal sagen kann, wenn wir uns nicht re-regulieren, werden wir die Optionen, die wir haben, nicht nutzen. Und es liegt an uns, das auch zu erfordern. Wir sind ja nicht weit von Kreuzberg weg. Da muss man eben das auch mal erzwingen. Okay. Sie wollten gleich, ich will nur kurz eine Nachfrage stellen. Jetzt gibt es ja immer zwei Seiten. Es gibt ja auch noch die Wirtschaftsseite. Welchen Rat geben Sie denn der Wirtschaft mit, angesichts dieser Regulierungsmonster, wie ich es jetzt verstehe, zu handeln? Ja, das passiert ja schon. Wir haben zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man es mitbekommen hat, die BMW AG hat in Charlottenburg einen kleinen Bezirk definiert und hat dort Sharing-Angebote mal angeboten. Hat gesagt, guckt mal Leute, ihr braucht alles kein Verkehrseigentum mehr. Es ist eigentlich in Berlin alles da. Hat die BMW AG gemacht. Hat nicht der Bezirk gemacht. Hat nicht das Land gemacht. Hat nicht die Wissenschaft gemacht. Und was wir beobachten ist, dass die Autohersteller sind ja auch dieser Trend, die wir sehen, sehen die ja. Und was wir aber beobachten, dass diese neuen Formen, Sie hatten es eben auch schon gesagt, die Movels, also die Digital Kids sozusagen der Unternehmen, ihre Experimentierräume nicht mehr in Deutschland haben. Die wandern nach Skandinavien, die wandern nach London, die wandern nach Kalifornien und die wandern jetzt nach China. Und wir verpassen sozusagen durch unsere Regulierungswut in einem bestimmten Fahrtabhängigkeitsthema, verpassen wir diese Trends alle. Und deshalb geht die Wirtschaft mit ihren Ideen, mit ihren neuen digitalen Ideen in andere Länder. Herr Simi. Ja, also kann ich kaum was hinzufügen. Ja, also ich wollte nur ein Beispiel nennen von einem Gesetz, das wirklich hinterfragt werden sollte. Das ist die Rückkehrpflicht. Ja, also wenn jemand heute jemand irgendwie nach Schönefeld fährt und dort absetzt, ein professioneller Fahrer, ein sogenannter Mietwagenunternehmer oder ein Angestellter bei einem Mietwagenunternehmen und in der Stunde die Anschlussfahrt hat, dann darf er dort nicht irgendwo in zwei oder drei Kilometer Nähe des Flughafens warten, sondern er ist gesetzlich verpflichtet, zurückzufahren zu seinem Betriebssitz, dort sozusagen einmal abzuschlagen und dann wieder zurückzufahren in dieser Stunde, wenn es sozusagen die Zeit hergibt. Das heißt, wenn der Weg eine halbe Stunde ist, in jede Richtung, dann muss er zurückfahren, um dann wieder in Schönefeld jemanden abzuholen. Es sei denn, er ist ein Taxi, das muss man dazu sagen. Achso, Entschuldigung, natürlich. Es sei denn, es ist ein Taxi. Für alles außer Taxis gilt das und da muss man einfach sich fragen, warum ist dieses Gesetz in den 80er Jahren nochmal sozusagen aktualisiert worden mit der Rückkehrpflicht? Wem dient das eigentlich? Also den Unternehmern, die versuchen, in den Wettbewerb zu gehen, dient das nicht, weil die haben zusätzliche Kosten. Im Übrigen können die dann auch keine Elektrofahrzeuge einsetzen, weil sie einfach zu viel außerhalb der Stadt unterwegs sind und ob es der Umwelt dient, das ist nochmal eine andere Frage. Aber das ist heute ganz selbstverständlich Tageswerk, wenn jemand mit einem Chauffeursunternehmen, also mit einem Mietwagenunternehmen sozusagen einen anderen Service anbieten will als Taxi, ist er dadurch zusätzlich belastet und auf der Homepage des Taxi und Mietwagenverbands wird auch die Rückkehrpflicht sozusagen als eines der großen Lobbying-Erfolge in den 80er Jahren dargestellt. Also da muss man einfach verstehen, dass dort in Deutschland es schwer ist, Alternativen zu bieten und wenn ich das noch sagen darf, während überall in der Welt sozusagen Menschen anfangen, sich neuer Mobilitätsformen anzunehmen, sich auf diesen Mobilitätsmix einlassen, ist es einfach in Deutschland schwer vor der Tür der Automobilhersteller diese neue Art der Mobilität zu leben und wenn wir über das Silicon Valley nachdenken, eines der großen Stärken vom Silicon Valley ist, dass da große, sag ich mal, Thunder sind und dass es da Geld gibt, aber eine zweite große Stärke ist, dass es dort einen Testmarkt gibt. Wenn ich im Silicon Valley eine App auf den Markt bringe, habe ich im Nu 100.000 Nutzer und dann kann ich das testen und dann kann ich das weltweit ausrollen und diese Mobilitätsformen, die können deutsche Automobilhersteller zumindest vor ihrer Haustür nicht testen und das von Gesetzes wegen und da muss man sich überlegen, geht es jetzt um Uber und Taxi oder geht es jetzt eigentlich um ein ganz anderes Thema, nämlich Technologie und Mobilität? Vielen Dank. Herr Förster, Sie wollten noch was ergänzen gerade, habe ich mir gemerkt? Ja, haben Sie sich richtig gemerkt, ja. Also Stichwort Rückkehrpflicht, der Reduktion des Verkehrsaufkommens dient zumindest mal sicherlich nicht und da sieht man natürlich auch stark den Bewusstseinswandel und eine Veränderung der Problemlage, weil in den 80er Jahren der Problemdruck vielleicht noch nicht so stark da war, aber ganz sicherlich noch nicht so stark wahrgenommen wurde. Die autogerechte Stadt war da noch in viel größerer mentaler Nähe sicherlich als jetzt. Das wird heute glücklicherweise anders diskutiert. Ich will aber eigentlich nochmal auf das Stichwort Regulierungswut eingehen. Herr Gni, Sie haben da so ein paar Beispiele angeführt, aber ich glaube, man kann nicht alles in einen Topf schmeißen und sagen, ja, wir brauchen da über eine Deregulierung und dann wird sich das schon richten. Beispiel autonomes Fahren, das ist ja ein Feld, da können wir die Auswirkungen aus Verkehrsgeschehen beispielsweise noch absolut nicht absehen. Autonomes Fahren wird das zu mehr Verkehr oder zu weniger Verkehr führen. Das ist eine der entscheidenden Fragen, die wir uns da abseits so einer Innovations- und Wirtschaftsförderung, das kann das Wirtschaftsministerium besser als wir, die wir uns da stellen müssen, weil ja der Pkw dadurch ein attraktiveres, bequemeres Verkehrsmittel wird. Es gibt solche, eigentlich muss man schon sagen, Horrorszenarien, wie ich lasse mich jetzt hier zu der Konferenz fahren von meinem autonomen Fahrzeug, finde keinen Parkplatz und sage dann dem Auto, okay, wie lange brauche ich hier, Stunde Diskussion, dreh doch mal Runden hier drum rum. Und sowas wird man bestimmt nicht durch eine Deregulierung lösen können. Nee, aber durch ein Verbot des Eigentums. Auch eine ganz einfache, wer braucht noch ein eigenes Fahrzeug in der Stadt? Das Autonome fährt ja selbst zur Schwiegermutter und macht die Besucher auch selbst, da muss man auch gar nicht mehr hinfahren. Das heißt also, man kann, das ist zum Beispiel auch so ein schönes Thema der Digitalisierung. Die deutsche Autoindustrie hat verstanden, Digitalisierung ist wichtig, das Auto bauen wir, da haben Sie völlig recht, das bauen wir noch besser, das macht noch dollere Sachen, das kann ich jetzt schon alleine fahren, jetzt kannst du alleine einparken, dann kannst du demnächst fahren, aber es bleibt das eigene Auto. Wenn wir sagen, Digitalisierung heißt nicht, das Internet mache ich ins Auto, damit auch meine Kinder hinten Entertainment haben, nein, das Auto kommt ins Internet, geht ganz völlig anders. Denn was wir beobachten ist, durch den Blick, wir haben ja nicht nur in der Erfolgsgeschichte Auto, wir haben ja eine noch völlig bessere Erfolgsgeschichte, Smartphone, wir haben dieses Jahr, Sie wissen die Zahlen besser, aber ich glaube es sind fast 60 Millionen Smartphones, die wir dann haben. Und was wir beobachten in unserer Forschung ist, dass man natürlich die Welt durch sein Smartphone schaut. Das heißt, man guckt nicht mehr auf das Verkehrsmittel als Verkehrsmittel, wie sieht das aus, was hat das für eine Farbe, was ist das, sondern man guckt, was ist gerade verfügbar. Ich werde gleich auch wieder gucken auf mein Smartphone, ist Multi-City, ist DriveNow hier, ist das da. Und das Interessante ist, die Präferenz wird nicht mehr, das einzelne Verkehrsmittel entscheidet nicht mehr, ob ich es nutze, sondern ob es hier und jetzt sofort verfügbar ist. Völlige Verschiebung in den Mindsets müssen Sie an sich selber mal beobachten. Haben wir natürlich nicht unter Kontrolle, was das Gerät mit uns so macht. Aber es ist eine Riesenschance, damit man natürlich plötzlich wird diese silohafte kryptische Verkehrslandschaft wird zu einem riesigen möglichen Markt, den ich einfach nur buchen kann. Ich kann morgens einchecken in den Verkehr, ich kann abends auschecken. So und dann brauche ich kein Eigentum mehr an einem Verkehrsmittel. Wir haben ausgerechnet, dass die 1,3 Millionen Fahrzeuge, die wir in Berlin haben, locker auf 350.000 zu reduzieren wären und keiner müsste irgendwie eine Fahrt verlieren. Aber wir hätten völlig neuen Platz. Schauen Sie mal selbst hier in Berlin an, dem angeblich keiner ein Auto braucht. Alles voller Autos. Das ist doch eine unmögliche, unintelligente Form mit dem Umgang mit solchen Geräten und das könnten wir mit der digitalen Form machen. Dafür bräuchten wir allerdings auch wieder ein paar Regeln. Vielen Dank, das bringt mich zu zwei Punkten. Zum einen der Hinweis an Sie, die Aufforderung, überlegen Sie sich, wenn Sie Fragen haben, gerne, was Sie fragen möchten. Wir würden jetzt in die Schlussrunde starten und anschließend haben Sie die Chance, Ihre Fragen loszuwerden. Eine Frage an Sie alle drei. Was glauben Sie denn jetzt in den Schuhen des Mobilitätskunden oder Nutzers hinein versetzt? Was glauben Sie erwarten Nutzer von Mobilitätsanbietern im Jahr 2025? Soll ich anfangen? Okay. Ich glaube, dass ich, oder ich hoffe, es ist sozusagen eher die Vision, dass sich da das, was sich jetzt abzeichnet, nämlich, ich will eine Verfügbarkeit, eine digitale Verfügbarkeit und Buchbarkeit von Verkehrsmitteln fortgesetzt hat, zu den Plattformgedanken, wo proprietäre Geschäftsmodelle, der Verkehrsverbund muss sein Ticket nur selber betreiben und kein anderer beispielsweise aufgebrochen werden, hin zu einem, nennen wir es mal Amazon der Mobilität, wo es eigentlich egal ist, wer es anbietet, Hauptsache ich kann mit dem einen Zugang, den ich habe, oder vielleicht zwei oder drei Alternativen, die auf dem Markt sind, egal ob ich in Berlin bin oder in Stuttgart bin, flexibel, intermodal, nachhaltig, von A nach B kommen. Herr Knie, was ist Ihre Vision? Ja, ich habe es ja schon gesagt, hier und jetzt losfahren. Das ist auf den Punkt, super. CO2-frei natürlich, das sagen die Leute immer, wenn ich jetzt kurz sage, ja, Umweltkriterien, Umwelt danken oder Klimaschutz ist kein Kriterium, kein Kaufentscheidskriterium. Das ist richtig, aber diejenigen, die sich permanent dagegen versündigen, werden einfach nicht mehr genommen. Das heißt, der Verbrenner wird irgendwann nicht mehr genommen, deshalb wird es nur noch CO2-freie Mobilität geben, die muss aber hier und jetzt verfügbar sein. Und welches Bild gibt es bei Uber, Mobilität 2025? Ja, also als ich vor zwei Jahren damals noch sozusagen als Berater bei Uber angefangen habe, gab es den Claim, push a button and get a ride. Und dann dachte ich mir so, das ist halt super amerikanisch, ja, das ist einfach zu einfach. Also das trifft doch die Realität nicht wirklich. Mit der Zeit fange ich an, den Claim selbst zu verstehen, weil wenn das Smartphone die Gewohnheiten regelt, dann ist es halt tatsächlich push a button and get a ride. Und ob das selbstfahrende Carsharing dann irgendwann, das Car2Go sich in Bewegung setzt zu mir, oder dass die Uber-Plattform irgendwie das Auto in Bewegung setzt, ist dann irgendwann auch egal. Da gehen die Gewohnheiten hin. Aber was ich gern noch sagen würde, ist, wir sitzen hier und unterhalten uns über die Zukunft der Mobilität. Ich war gerade in Washington und habe dort Uber Pool genutzt. Und man muss einfach sagen, die Zukunft der Mobilität findet schon statt in vielen Städten weltweit. Dort werden Menschen in Echtzeit in Innenstädten auf ein Auto zusammen sozusagen kombiniert. Zwei, drei Leute. Ich war am Flughafen, ich habe eine Fahrt in die Innenstadt gebucht. Der Fahrer fährt 100 Meter, sagt, oh, da ist noch eine Bestellung. Da steigt jemand ein, tut seinen Koffer hinten rein, setzt sich neben mich, redet, sagt hallo, redet kein Wort mit mir. Und wir fahren gemeinsam in die Innenstadt. Und das ist absolut sinnvoll. Ich dachte mir so, das wären eigentlich zwei Fahrten. Und wir teilen uns den Preis. Also ich als Verbraucher habe da auch einen Nutzen von. Und wenn man das spiegelt, jetzt Berlin, Tegel, die Leute, die noch sozusagen gedrängt im Flugzeug nebeneinander saßen, stehen dann in der Schlange. Dann wird schön im Reißverschlussprinzip ein Taxi, ein Passagier. Man fährt in der Karawane in die Stadt, erzeugt seinen eigenen Stau, zahlt den vollen Preis und realisiert nicht, dass im Prinzip da brauchst du auch keine Technologie dafür. Da muss man einfach miteinander reden. Wenn man das einmal erlebt hat, dann kann man im Prinzip nicht mehr im Taxi alleine von Tegel in die Innenstadt fahren. Da fragt man rum und das ist das, was ich mache. Und Uberpool, was auch eine komplexe Technologie ist, wir machen im Moment eine Million Echtzeit innerstädtische Fahrgemeinschaften täglich. Und das bietet Technologie. Wir haben mehr als tausend Programmierer, die sich jeden Tag mit nichts anderem beschäftigen, als das zu optimieren. Und die Technologie, die Handys geben das jetzt her und dann heißt es für uns, das auch zu nutzen und nicht alleine im Auto zu sitzen und im Prinzip völlig ineffizient unterwegs zu sein. Ein Auto ist nur vier Prozent der Zeit ausgelastet. Vielen Dank. Ganz kurz, es gibt das heißt, Clever Shuttle hat sogar eine Genehmigung, gibt es in Berlin, Leipzig und München. Also das ist nicht nur Washington möglich, auch hier in Berlin schon. Super, vielen Dank für die Ergänzung. Ich darf mich bei Ihnen dreien bedanken für die sehr gute Diskussion, wie ich finde und würde jetzt die Chance geben für Fragen. Herr Janacek, Sie hatten sich als Erster gemeldet, glaube ich. Ja, vielen Dank für die spannende Diskussion, die klaren Aussagen auch von Professor Knie, Personenbeförderungsgesetz abschaffen, eine Regel finden, haben wir jetzt Grüne ja auch definiert, jetzt 230, vielleicht ein bisschen spät, emissionsfreie Neuwegen einzusetzen. Aber ich habe dafür gekämpft, dass das durchkommt als wirtschaftspolitischer Sprecher meiner Fraktion. Meine Frage ist jetzt, ich finde es ja alles auch als Münchner super hip und in den Städten gibt es ganz viele Angebote und es gibt noch mehr Angebote, aber der ländliche Raum, der braucht ja eigentlich die Alternativen. Und ich wohne auf dem ländlichen Raum in der Halle Dau in Bayern und da ist das Automobil in Besitz und es ist vielfältig vorhanden. Und die Alternativen auch aufgrund der Regulierung sind nicht vorhanden und da hätte ich gerne ein paar Antworten zu, welche Regulierung bräuchten wir eigentlich, dass sich Märkte bilden, die nicht so lukrativ sind wie in Kreuzberg vielleicht am Anfang, weil Leute auch kulturelle Befremdlichkeit haben, Autos zu teilen im ländlichen Raum. Aber da müssen wir ja hinkommen, auch im Sinne des Klimas, dass wir die 47 Millionen Fahrzeuge in Deutschland ein bisschen runterkriegen auf eine Zahl, gerade in ländlichen Räumen, dass ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, aber auch die Leute, die Lust darauf haben, Angebote haben. Und die haben sie jetzt nicht und die haben sie absehbar auch in den nächsten fünf Jahren nicht. Also wie kommen wir dahin, das wäre meine Frage. Herr Knie, Sie wollten dazu antworten. Das ist natürlich genau das Problem, aber auch da gilt Re-Regulierung sozusagen, was wir jetzt vorschlagen. Wir haben ja das Erneuerbare-Energien-Gesetz gehabt, was übrigens jeder unterschrieben hat, weil er wusste, ach da passiert ja eh nichts. Dass das eine ganze Branche sozusagen umkippt, das hat man nicht im Kopf und so wollen wir es auch machen. Wir machen das Erneuerbare-Mobilitäts-Gesetz und das heißt so, jeder, der vorher ein Verbrennermotor-Eigentum hatte, ein Fahrzeug, wandelt das in ein Elektroauto um mit Grünstromvertrag und meldet sich an der örtlichen ÖPNV-Plattform als Bus an. Ich bin heute mal ein Bus, also ein Taxi. Es gibt auch im ländlichen Gebiet eine ÖPNV-Plattform, die wird vom ÖPNV organisiert und dann kann der jemand anders mitnehmen. Ist im Moment natürlich verboten, aber könnte man ohne weiteres machen. Wir suchen noch einen Landrat, der das macht, der ist der Träger dessen. Jeder sagt, das wird ja nicht klappen. Eben, das ist ein Trojaner-Gesetz. Es scheint so, als ob es gar nicht interessant ist. Vielleicht am Rande noch, wir haben sehr viele Interviews gemacht, auch am ländlichen Leben sind die Leute eher bereit, andere Leute mitzunehmen, als im städtischen Bereich. Also, dass andere Leute andere Leute mitnehmen können, ist eine eingefügte soziale Praxis. Nicht alle müssen gleich mitmachen, aber wenn es ginge, wäre es gut. Wir hätten eine Elektromobilisierungsoffensive, wir hätten eine Digitalisierung des ÖPNVs, wir hätten einen marktwirtschaftlichen Anreiz. Das kostet natürlich mehr als nur die 35 Cent, sondern einen Euro den Kilometer. Wir hätten sogar schon Plattformanbieter, aber wir haben auch andere noch, die dafür möglich wären. Also wir hätten eine Win-Win-Win-Situation, wir müssten nur das Regulierungsgesetz ändern. Wenn ich da auch noch kurz was dazu sagen darf. Es gibt jetzt schon in vielen Ortschaften die sogenannte Mitnahmebank. Das ist dann eine rote oder eine grüne Bank. Da setzen sich in kleineren Orten Menschen drauf, die mitgenommen werden wollen. Und das ist dann das Signal, ich suche eine Mitfahrt und da fließen auch die 5 Euro. Kurz, um über die USA zu sprechen, dort ist es so, dass im ländlichen Raum, also Uber deckt 75 Prozent der Bevölkerung in den USA ab. Und da ist es tatsächlich so, dass der Schuster irgendwie in einem Dorf, der noch zwei Stunden Geschäft hat am Tag, sein Geschäft irgendwie abwickelt und dann für die restliche Zeit die App anstellt und in dem kleinen Ort die Leute von A nach B fährt. Aber das Geschäftsinteresse der Sharing Economy wird, glaube ich, im ländlichen Raum viel stärker noch durch die zivilgesellschaftliche Rolle. Zivilgesellschaft, eigentlich ein blödes Wort, aber Sie wissen, was ich meine, ergänzt. Bürgerbusse sind ein gutes Beispiel. Sicherlich nicht der alleinige Lösungsbringer, aber eine sehr gute Sache, die wir auch versuchen natürlich zu fördern und zu unterstützen. Hier war noch eine Frage. Ja, eigentlich habe ich drei Fragen an jeden Einzelnen, wenn das möglich ist, geht ganz schnell. Herr Knie hat ja das Eigentumsverbot fürs Auto vorgeschlagen, finde ich ganz hervorragend radikal. Was sagen Sie dazu von Uber? Würde mich interessieren. Dann Herr Knie, wir haben jetzt sehr viel über das Automobil gesprochen, Sie haben es natürlich auch reichlich kritisiert, aber bei den Alternativen sozusagen in der digitalen Zukunft würde ich mir trotzdem eine Hierarchisierung wünschen, dass der ÖPNV die Nummer eins ist, in Städten zumindest, und das selbstfahrende Auto oder Uber oder was halt erlaubt werden wird, nachrangig Lücken füllt und ähnliches. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir da eine Regulierung hin? Regelt sich das über den Preis oder brauchen wir da mehr Regeln? Und Herr Förster, was doch schick wäre, wäre, wenn die Politik unterstützen könnte, ich glaube, Sie haben es auch angedeutet, dass wir eben nicht mehr jedes Verkehrsmittel, Mitfahrgelegenheit, Taxi, ÖPNV und so weiter getrennt buchen, sondern wenn es dafür kombinierte Mobilitätskarten gäbe. Wie können das die Politik noch stärker unterstützen, sodass wir mit einem Beitrag in der Stadt wie Berlin oder in Stuttgart alle Verkehrsmittel nutzen können? Okay, drei Fragen, drei kurze Antworten. Bitte. Also ich glaube, der Verbraucher hat da schon zumindest in den Städten sozusagen seine Position erklärt. Es ist ein Einstiegsalter für Fahrer, Führerschein, es geht immer weiter höher. Autobesitz geht runter, auch ohne Uber und auch vor Uber. Also im Prinzip, wir sind eine Antwort auf sozusagen dieses Verbraucherverhalten, aber wir haben das jetzt nicht ausgelöst. Insofern glaube ich, dass das Eigentumsverbot gar nicht notwendig ist, weil es ist einfach teuer und es ist einfach mit Komplexität verbunden, ein Auto zu besitzen. Und wenn es mehr und mehr Alternativen gibt, wird das zurückfahren. Und wenn ich auf den ÖPNV überleiten darf, es ist tatsächlich so, dass wir bei Uber anfangen, Kooperationen mit dem ÖPNV zu machen. Wir sehen, dass wir die letzte Meile abdecken. Wir sehen, dass der ÖPNV weiß, dass er natürlich nicht bis zu jedermanns Haustür reichen kann. Und wenn wir nach London blicken, dann sind im Prinzip an ÖPNV-Knotenpunkten, zwei Drittel unserer Fahrten sind im Prinzip abgehend oder zugehend zu ÖPNV-Knotenpunkten in der Rushhour. Das zeigt, wie die Leute sich verhalten. Sie fahren einfach mit der Bahn raus in ihre Gegend und dann gehen von dort, von den Haltestellen oder Endhaltestellen Sterne ab. Und so funktioniert das bei uns schon. Und das ist einzig die Entscheidung des Verbrauchers, nicht irgendwas, was wir mit beeinflusst haben. Herr Knie. Das ist heute noch öffentlicher Verkehr. Das ist natürlich alles öffentlicher Verkehr, was wir jetzt haben, weil wir kein Eigentum mehr am Privatbesitz, an Autos mehr haben. Auch irgendwann auch an Fahrrädern nicht mehr. Großgefähr, sie werden sich einfach aufgrund ihrer Effizienzvorteile da durchsetzen, wo gebündelte Verkehre notwendig sind. Das hatten wir eben schon, also da mache ich mir gar keine Sorgen. Also da, wo Großgefäße wichtig und notwendig sind, werden sie ihre Effizienzvorteile bringen. Dort, wo eben schwachlastiger Verkehr ist, werden wir das individualisiert machen. Aber es muss eben verknüpft, vernetzt werden, was es bisher nicht ist. Und deshalb haben wir auch in Schwachlastzeiten die falschen Geräte an der falschen Stelle zur falschen Zeit. Also das Verbot von Privatautos in Innenstädten finde ich übrigens nicht so die coole Idee. Aber das war nicht die Frage an mich, sondern die Frage ging in Richtung Ticketing und wie man da innovativere, offenere Lösungen schafft. Wir können leider relativ wenig tun, weil die wichtigen Player vor allem mal Verkehrsbetriebe sind, die wir natürlich versuchen, Alternativen, neue Geschäftsmodelle aufzuzeigen. Aber eigentlich ist das ein Anklopfen und der Versuch, sagen wir mal, einer Art Aufklärungs- und Anreizarbeit. Aber es ist meistens deren Entscheidung. Ich hoffe, dass sich da ein Mentalitätswandel einstellt und sehe das als Problem. Vielen Dank. Dann würde ich gerne die Runde schließen und mich bei Ihnen bedanken für die spannenden Einblicke, für die visionären und teilweise radikalen Ideen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen den Bereich Digitalisierung von Mobilität so ein bisschen näher erläutern und die Antwort auf die Frage Evolution oder Revolution zumindest vorbereiten. Vielen Dank.